Die Stunde der Wahrheit, sie naht und zwar gleich in mehrfacher Hinsicht. Ihr seht das hier, Nasdaq, der Future, der ist auf dem Hochniveau vom Anfang Februar und damit die Frage, wird er es nur durchstoßen, um zu sagen, ja, ich habe es erreicht, ein bisschen höher und ich drehe wieder. Wir wissen, das passiert gerne mal, dass der Markt ein altes Hoch ein wenig durchstößt, anschließend wieder umdreht, ein wenig durchstößt, anschließend umdreht. Oder nutzen die Marktteilnehmer das und sagen, jetzt sind wir hier, jetzt laufen wir auch weiter. Also tatsächlich, die Marktteilnehmer sind gefragt, mit ihrem Votum, wie sie das Gedenken vorzutragen. Aber es gibt eine zweite Stunde der Wahrheit und die liegt im Finanzkalender. Das wird sicherlich heute einen Einfluss geben. Die FED wird heute um 19 Uhr, also eine Stunde früher, die Amerikaner sind ja schon im Sommermodus, eine Stunde früher als normalerweise um 19 Uhr gibt es dann die Zinsentscheidung. 25 Basispunkte werden hier erwartet und das ist Punkt 1. Wichtiger aus meiner Sicht ist allerdings immer das begleitende Statement hier, die Economic Projections beispielsweise, beziehungsweise das FED-Statement, was dann sozusagen die Aussage angeht. Auch jetzt vielleicht mit Hinweis noch mal zu den Banken, nachher in der Pressekonferenz eine halbe Stunde später. Also, ihr seht, da ist eine Menge Sprengstoff. So, wie passt das jetzt zusammen? Ihr wisst selber, dass ich selber, so wollte ich sagen, Chart-Techniker bin. Ist es also jetzt die Linie, die hier die Bewegung macht oder sind es die FED-Nachrichten? Natürlich ist ein bisschen von beiden. Eigentlich muss man sagen, es ist weder noch, denn weder die FED beeinflusst die Kurse, noch die Linien beeinflussen die Kurse, sondern die Marktteilnehmer, die entsprechend darauf reagieren. Eine Widerstandsmarke, ein Hochpunkt, das ist immer ein Angebot für einen Dreh. Das heißt, wenn die Marktteilnehmer gesagt haben, Mensch, hier, ich bin bullisch, aber eher so ein Zeitbulle, also befristet, dann ist es nicht so schlecht, dann gegebenenfalls zu sehen, dass der Kurs rausgeht. Geht der Kurs allerdings, also runter geht wieder. Wenn der Kurs aber weiter steigt, heißt das, dass die Marktteilnehmer gesagt haben, klar, hätten wir hier eine Chance zu drehen. Ich werde einen Teufel tun, meine Stücke abzugeben. Ich kaufe sogar noch mal nach. Also, ihr seht, das Handeln der Marktteilnehmer ist das Entscheidende und das könnte heute eben einen deutlichen Move. In welche Richtung? Na gut, beim Nasdaq, muss ich sagen, bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Die Aufwärtsbewegung ist aber aktuell eben noch klar nach oben gerichtet, also stark nach oben gerichtet. Deshalb sehe ich hier noch keine Zweifler im Markt aktuell. Wir sehen das hier auch im Fünf-Minuten-Chart, dass die Aufwärtsbewegung relativ stark, wir können uns das noch mal angucken. Die größten Korrekturen waren hier und hier sind überlappungsfrei, hier waren noch mal so kleinere überlappungsfrei. Die Gegenbewegung, dreiwellig, das sind immer so Zeichen dafür. Dreiwellige Bewegungen sind klassischerweise die falsche Richtung. Also, ihr seht, aktuell scheinen die Marktteilnehmer noch relativ gut mutig zu sein für die Aufwärtsbewegung. Das, wie gesagt, wird heute Abend aus meiner Sicht maßgeblich auf dem Prüfstand stehen, wenn die FED ihre Aussagen in die Öffentlichkeit bringt. Das Ganze steht allerdings in einem für den Dow durchaus vorteilhaften Bild, denn der Dow ist ja sowieso auch längerfristig auf einer bullischen Seite aktuell zu verorten, denn wir haben eine echte realistische Chance, dass der Kurs nach oben geht und die Marktteilnehmer scheinen den Köder bis jetzt zumindest mal geschluckt zu haben, denn die letzte Anstiegsbewegung ist ein wunderschöner Move nach oben. Meine Erwartungshaltung, gut, vor der FED-Entscheidung passiert nicht mehr viel. Wenn es korrektiv runtergeht, dann anschließend die Vorwärtsbewegung, die Aufwärtsbewegung hier noch mal mit einer heftigen Bewegung hier hoch. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn das hier eben, wie gesagt, korrektiv nach unten geht. Womit ist denn generell zu rechnen, wenn jetzt so Termine anstehen? Naja, sehr gerne ist zu diesem Zeitpunkt irgendwie was, was in beide Richtungen mal ausschlägt, denn die einen gucken auf den Satz, den anderen fällt wieder was anderes ein. Oh, aber das ist doch jetzt. Und dann gibt es wieder eine Gegenbewegung, dann gibt es auch noch die automatischen Systeme, die dann auch noch mal mit reinfummeln. Also ihr seht, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ist mit viel Hektik zu rechnen. Ich persönlich handele seit vielen, vielen, vielen Jahren nicht mehr. Also zu diesem Zeitpunkt. Denn die Bewegungen sind so erratisch und sie sind so teuer, weil man in der Regel nicht dort ausgeführt wird, wo man eigentlich gerne ausgeführt werden würde. Oder es wäre ja leicht, wenn man sagt, na gut, dann sitze ich halt einen engen Stopp. Und wenn es dann falsch läuft, ist ja nicht so schlimm. Wenn es richtig läuft, dann habe ich aber richtig viel verdient. Ja, aber weil natürlich viele Orders auch durch ein ganz enges Nadelöhr müssen, kann es durchaus sein, dass die Ausführung, obwohl ihr euren Stopp einigermaßen eng gesetzt habt, grottenschlecht ist. Und das führt regelmäßig dazu, dass diese Trades eben sehr zum Nachteil dessen sind, der sich da gerade positioniert. Aus dem Grund halte ich die Füße zu dem Zeitpunkt still, zumindest mal im Intraday-Bereich. Die Trades auf Tagesbasis, ja gut, die müssen da durch. Ob sie dann ausgestoppt werden, ob sie ins Target laufen, das wird man dann sehen. Aber das, was man hier jetzt im ganz kleinen Chart, im Intraday-Chart sieht, da kann man sich durchaus mal zurückhalten im Vorhinein. Und dann allerdings das, was der Markt hier dann auch immer geliefert hat, dann entsprechend bewerten, um dann zu sagen, Mensch, das ist dieses Bild. Oder vielleicht wird es auch so ein Bild sein, wo wir dann ganz klar der Meinung sind, das ist ein abwärts gezeichnetes Bild. Also wenn wir dann diese Zwischentiefs haben, ihr wisst ja das Szenario, wie das in etwa aussieht. Vorher würde ich mich jetzt überhaupt nicht mehr aus dem Fenster lehnen. Ich vermute mal, dass bis vorher der Markt auch nicht mehr wesentlich hier aus den Puschen kommt. Im Größeren, wenn wir hier diese Korrektur sehen, wäre das hervorragend. Das betrifft übrigens auch den DAX, der allerdings dann eher im Index, nicht im Index, sondern im Future-Markt hier dann um diese Uhrzeit, der starke Anstieg jetzt für die nächste Zeit hier möglicherweise ein sinnvoller, ein schöner Rücksetzer. Das wäre hervorragend. Also DAX und DAO ziehen da mal wieder an einem sehr ähnlichen Strang. Das wäre eine wunderbare Long-Situation, die eben für Trigger auf der Long-Seite eben sorgen kann. Aber ich vermute halt erst morgen, denn diese Korrektur wird sich erstmal ein bisschen Zeit lassen müssen, bis sie dann eben umsetzbar ist. So, und jetzt zum Schluss nochmal den S&P 500. Und das ist der, naja, sagen wir mal eigentlich der Sorgenmarkt, wenn ich den Anstieg angucke, ist der nämlich mit Abstand am schlechtesten. Wir sind schon dreiwellig hoch, schon kein gutes Zeichen. Dann dreiwellig runter, Pause. Dann wieder dreiwellig hoch, wieder kein gutes Zeichen. Gut, die Pausen sind immer dreiwellig, das ist nachvollziehbar. Aber ihr seht schon, diese Korrektur und diese Korrektur überschneiden sich. Das heißt, all das, was wir hier in der Aufwärtsbewegung hatten in den letzten vielen Stunden, ist korrektiv. Das heißt, die Marktteilnehmer für den gesamten Breitenmarkt sind nicht so optimal drauf eingestellt, was da jetzt wohl als nächstes passiert. Trotz alledem immerhin die letzte Hoffnung. Letzter Arm ist auch hier hoch. Wenn ich mich entscheiden muss, mache ich das allerdings lieber bei Nasdaq und oder Dow Jones. DAX natürlich auch. Beim S&P 500 ist mir das Suspekt, wenn die Geschichte schon so korrektiv hier vorne anfängt, ist das eigentlich nicht das, was ich gerne hätte. Also das vielleicht so als Hintergedanke, worauf man da achten muss. Also es bleibt bei der Einstellung Dow Jones gar nicht so schlecht. DAX als europäischer Vertreter, das ist allerdings nicht der einzige, auch der Eurostox 500, ja, Eurostox 500, sei schon, Eurostox 50, beispielsweise der Schweizer, der Swiss Market Index, auch der Fuzzi 100, die haben alle ein relativ ähnliches Bild, was das angeht, was durchaus bullische Tendenzen hat. Nur der S&P 500 macht mir Sorgen. Also den würde ich am wenigsten als Einzelindex jetzt hier oder entsprechenden Future da drauf aktuell auf der Long-Seite handeln. Dann lieber irgendwie die anderen, sobald sie eben diese Korrektur gezeigt haben. Ja, in diesem Sinne bleibt einem nicht viel übrig. Vielleicht ein kleiner Schmankerl beim Index-Update, der Nikkei. Denn der ist in den letzten vielen Stunden sehr stark runtergekommen. Ihr seht das hier nochmal so in den letzten Tagen. Da ist eine scharfe Abwärtsbewegung aktuell so A, B, C hoch. So ein bisschen hat man den Eindruck, als ob so um die 27.600, 27.700 das in der Aufwärtsbewegung gipfelt. Vielleicht dreht er auch schon vorher um. Und das letzte Zwischentief hier vom 20. morgens um 4 Uhr. Das liegt daran, dass die Japaner ja schon morgens aktiv sind. Nicht, weil sie so früh aufstehen, sondern weil sie auf der Sonnenseite des Lebens sozusagen sind. Zumindest mal was den Sonnenaufgang angeht. Also insofern, das wäre hier eine Marke bei ungefähr 26.944 oder was es war, die durchaus eines Short-Triggers würdig wäre. Also wer diesen Index ein bisschen beobachten will oder daraus ableiten möchte ein paar Trades, der hat hier die Gelegenheit, dieses Beispiel ebenfalls sich mal vor Augen zu halten. In diesem Sinne, euch alles Gute und ganz liebe Grüße. Bis zum nächsten Beitrag.